Musik 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 gekauft gekauft weil aus dem Grund ich würde was basteln und zwar da Backmeat Slime und Fiber ah ja können wir jetzt innerhalb vom Haus platzieren ist nur die Frage wo wir es hin platzieren ich überlege gerade haben wir schon genügend ich glaube Springler haben wir schon genügend wir könnten jetzt eigentlich grüßet eh der erste Tag es regnet eigentlich ja wir haben jetzt ernten müssen und alles oh nach den Slimes können wir eigentlich mal gucken so und wir gehen mal kurz zu Robin ich habe nicht was vor und zwar können wir das vielleicht noch upgraden damit es automatisch bewässert wäre zumindest eine schöne Idee rein theoretisch praktisch weiß ich das natürlich jetzt noch nicht ganz praktisch weiß ich es noch nicht ähm und wir müssen uns auf die Suche nach dem Ei machen nach dem einem besonderen Ei ich will das haben das und noch paar andere Sachen hallo fahren bei alldings nö geht nicht aber Robin wo gab es neue Sachen oh Boxclamp haben wir noch nicht noch welche kaufen gut kau ich nochmal drei Stück bisschen Holz so zack Steinhammer glaube ich meiner Meinung nach so okay bis später komm wieder zip Mine können wir noch nicht da brauchen wir noch nicht hin ja doch die Mine eigentlich schon aber ja lohnt sich jetzt nicht mehr da ist schon zu viel Zeit verschrieben für den Tag heute wir könnten mal bei Pierre vorbeischauen ob der eventuell für uns was neues hat was dann müssen wir runter da runter nämlich ja vielleicht noch ein paar Möbel aber ich glaube nichts mehr Neues oh ne Quest oder hatten wir die schon Lücken vor Handsome Young Man to Bring Me a Fire Quartz holle nö schon zu viel Aufwand so wie sieht's bei dir aus du hast oh der Flur sieht cool aus und die Wand äh den Rest hast du ja von uns du Vogel du bist ein Pisser Mann verkaufst unsere Produkte an uns selbst ich verstoß ja nicht ne ich verstoß ja nicht aber ist das echt notwendig du nun verlad ich nur aus oh halt bitte sei das was ich möchte bitte du Arsch wie kannst du nur ach ja da wird man kein Glück mehr haben glaube ich mit der letzten Quarz äh 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 Dwarfrolle ich glaube diese wird unser Untergang sein da werden wir uns knallhart einfach die Zähne ausbeißen leider aber was wollen wir machen was wollen wir machen so den Rest in der Inneneinrichtung platzieren wir jetzt noch kurz hallo Baby oh I'm not bored I'm just enjoying what I what we have here jetzt ist es ein einfaches Leben Bad ich liebe aber ich liebe es oh gut wenn du es meinst ich habe Beleuchtung gekauft Schatzi guck mal die kann ich hier hinstellen ne damit es hell wird da drüben haben wir einen Kamin das passt ja da unten ist es noch nicht ganz so hell so Schlafzimmer brauchen wir nicht so viel oh aber in deinem Arbeitszimmer gibt es noch ein bisschen Lichtbett vertragen ne hier zum Beispiel ist immer gut siehst wenn du was malst Ahoi Baby ah bist du auch mal da du untreue Nütte oh sie schreibt yay so dann haben wir noch ach immer der gleiche Soundback immer nein 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 doch auf so wir tun jetzt aber noch ein bisschen Grasmeiner ne das lassen wir noch wachsen hätte ich gesagt Holz brauchen wir keins ach wir schlagen den Brunnen da jetzt von uns ab ja es wird gerade echt jetzt fängt es an etwas zähflüssig zu werden das Spiel jetzt fängt es leider echt damit an ich kann es nicht mehr verhindern alter geh runter von dem Pferd danke aber ich will auch nur noch ein paar Punkte im Spiel erreichen und haben äh was so geht doch danke und ja dann hättest du mal auf meinen Twitch-Dings geguckt ne Posi da hab ich es extra gepostet auf Facebook Twitter und Twitch hab ich es gepostet wenn du mir nirgends hin folgst werden die nichts dafür ne du folgst mir nirgends hin der ist voll untreu eigentlich ja nett eigentlich schon ein ganz lieber ganz lieber Kerl aber naja er macht mich immer fertig so jetzt haben wir noch eine Bank wo Platz sind wir die ich hab's mal gehabt da hin so da haben wir noch eine Wand was ist ein Fußboden hm war ich eher ein Fußboden aber könnte man hier eine Küche machen ne bisschen Kontrast zum Anderen ja ist okay wenn ich da bete würde ich ja auch eher so haben ja mit Pilzen sieht schön aus ja und reicht doch reicht doch spätestens wenn du auf meinen Kanal drauf gehst und dann den und dann den Fried lesen tust dann siehst du ja dass ich nicht da war so was haben wir jetzt hier noch im Material 258 brauchen wir auf jeden Fall noch mehr als die Überlegung wir haben 630 ähm wie viel Quarz haben wir denn eigentlich noch wir machen uns einen gemütlichen das kann man eigentlich wenn es Quarz brennt äh wöwww 1,2,3,4,5,5,6 so 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 perfekt so Quarz sind wir los stimmt das auch ja wir haben mal 4 Ridium und uns fehlt noch eine Ridium Bar rein dann hätten wir das nicht auch voll so brauchen wir im Grunde eigentlich jetzt noch irgendwas zum Bauen schauen wir mal kurz durch die Musikbox nicht das wäre auch interessant Hardwood Gold Bar Iron Bar vielleicht mal eine Hardwood nein Werte Kiste brauchen wir also noch dann gehen wir noch ein bisschen kurz ein bisschen Holz hacken aber wir haben inzwischen eine gute Holzachse oh 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 äh alle anderen bekommen mal ein Hi oder so und ich werde eingekackt was ich habe doch vorhin gesagt Hi Posi und du 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 hörst nie auf mich du hörst mir nie zu das Hardwood haben wir jetzt oh hat er einen Blitz angeschlagen ich habe gedacht wir finden jetzt das Hardwood mach dich nicht selbst für dich mein Junge du kannst ja auch nichts dafür ich bin auch dann gekommen und habe gesagt Hi Posi und du hast nicht du gehört du warst gar nicht da du 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 Freak nö also wenn ich ja gesagt habe ich bin ein Pen haben wir gerade eh nichts mehr zu tun und von oh aber guck mal die ist ja schon fertig düp 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 ähm Kristallboden 25 ist nicht sonderlich viel haben wir da schon was gepunkert davon warte mal das ist doch falsch was macht denn das da es geht auch hier rein muss ich nicht verstehen so 14 Hardwood 30 Dinger zum Anpflanzen da können wir aber wenn wir eh schon hier unten sind noch ganz kurz unsere Gießkanne auffüllen so perfekt so dann gehen wir jetzt knacken leer baby ähm äh ich mache eine äh Holzzuktu äh 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 heute äh doch sie ist es auch sie weiß nicht ich habe sie ins Fall geworfen okay so dann verbrennen wir sie jetzt das wird schon wie ach so warte ich muss noch mit der Reden sind sie eingeschnappt äh äh ich denke ich war eine große Künstlerin äh you have to be du musst kritisch sein meiner Arbeit gegenüber ja werde ich machen sonst noch was zum Reden hier geknutscht simona christian hallöchen guten simona ja simona ist weiblich glaube ich ja doch ich habe so das dezente Gefühl das könnte ein weiblicher Name sein simona mit a zum Schluss hallo 14.000 scheiße wo kommt das Geld her hä achso das paul l zeug wieder meine güte schwer reichen im spiel unterwegs das ist doch nicht mehr normal ja drittes ja ich weiß müssen es dritte ja noch zu Ende bringen dann haben wir es hallo ach Katze ich komme später wieder man 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 so von hinten mal der Fernsehen mhm beautiful and sunny day tomorrow gibt es ja noch was zu kochen fortune teller achso ne das war ich fällt immer drauf rein weil ich immer denke teller essen ne gibt es nix gut so so du stehst da oben hallo leah guten morgen guten morgen boogie ich habe eine ich habe das hier gepflanzt in einem pot draußen oh cool ja natürlich so aber eine gute liebe basiert nur auf einer sache alkohol oh ich habe sechs Stück rausgeholt mein fehler herzentechnisch zwölf komm riech noch mehr Alkohol ja wir können hier nur noch ein Geschenk am Tag machen leider au acht Iridium holla die Waldfee äh aber halt wenn ich acht Iridium habe haben wir so 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 äh kann ich kann ich nicht anpflanzen kann ich einen Pflanzpot bauen dafür hab ich noch nie nachgeschaut wenn sie zugeben äh das ist ein bisschen Flore Grave Pebble Nö, kann ich nicht. Nom. So, Frau schenkt uns was, wir essen es. Ganz liebevoll haben wir es aufgefuttert. Wir wollen ja treu sein unserer Frau gegenüber. Deswegen essen wir nur ihr Essen. So, da ist auch nichts. Da ist nichts. Hallo Katze, halt, du brauchst noch Wasser. Jetzt geh doch weg zu Dicker. Mann, 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 Mann. Immer diese fetten Katzen. So, dann machen wir dich weg, dich weg, da hin, du hin und so. Unsere übliche Routine morgens ist ja immer, nachdem ich so... Warum ruckelt das manchmal? Hallo, ist er auf? Danke. Tja. Erstmal wieder hier abpflücken. Wichtig ist immer dabei, einen Werkzeug anzuhalten, natürlich Rechtsklick zu machen, aber das wisst ihr bestimmt alle schon. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil dann geht es ja nicht schneller. Dann gehen wir unserer üblichen Routine nach. Gucken nach unseren... Deerles, das nimmt auf, sehr schön. Ich überprüfe das nur gelegentlich. Ich bin etwas OBS misstrauisch oder OBS gebranntmarkt, seitdem sie mal eine 6-Stunden-Aufnahme verrissen hat. War ich etwas verbost? Wenn das nur das einzige Wort wäre, das hier verbost wäre. Andy? Nein! Ach, du willst... Mach die Tür auf. Danke. So, jetzt raus rein mit uns. Chicas? Ähm, ein Ei? Hallo? Geht's noch? Ähm, ich sollte gerade drin bleiben, aber naja. Ich bin mal gnädig zu euch. Nicht mal einen Unterhalt habt ihr heute verdient. Ah, guck mal, was Schafis haben. Schafis sind wieder wollig. Zumindest eins. Natürlich die Edition. So, Edition. Hör mal den Fan. Dankeschön. Hä? Hallo? Hä, was? Hä, bist du schwanger? Das ist echt keine Milch? Okay. Surprised. Sehr. Ich hab's mir jetzt immer Milch gegeben, die Kleine. So, erstmal unsere Schweinchen begrüßen. Schweinchen 1. Kermit. Schweinchen 2. Natürlich Mrs. Piggy. Naja, ganz wichtig. So. Auch raus mit euch. Hopp, 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 hopp. Haben keine Zeit heute. Hopp, 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 meine Kinder. So, hier haben wir die Milch. Geknuddelt. Geknuddelt. Ach, Chantal, Leute, was ist denn los? Es gibt demnächst echt weniger Futter, wenn ihr so weitermacht. So eine Katastrophe. Da war man einen Tag nicht draußen so, nein, wir gehen können ja nicht mehr. Wir sind jetzt eigen. Auch die Hühner, alles hier gerade. Also irgendwie ist da gerade die Seuche drin. Weiß auch nicht. So, Schafiwolle. Äh, bop, bop, bop. Das müssen wir einlagern. Darf man dann vergessen. Hier unten haben wir nicht extra einen schönen Baking gebaut. Zack. Das Ei, das Holz und den Quarz. Das können wir im Grunde fast wieder gleich verkaufen. So. Und zwar dich. Den Rest nehmen wir auf. Ähm, was steht hier auf der Tagesordnung? Oh, nein, das war falsch. Was mache ich da schon wieder? Aber halt. So. Ähm, Dings hat er heute Geburtstag. So, der kriegt ein Bier geschenkt. Ähm, ist nur die Frage, wo der sich eigentlich rumtreibt. Ne? Und eigentlich ist er eh arbeitslos, der Freak. Eigentlich müssen wir noch in die Miene runter. Wo wohnt er überhaupt? Hat er überhaupt zu Hause? Äh, Shane. Emily. Major Levis. Blacksmith, Sadio Valley. Äh, Abigail. Wo wohnt er eigentlich? Hm. Ja, das ist ja unsere Farm, stimmt. Ne, das ist unsere Farm. Ach, so, Spielplatz soll er sein. Genau. Da oben geht es im Grunde wahrscheinlich noch irgendwo hin. Ist nur die Frage, wo? Maru. Ich gucke mal am Strand, vielleicht finde ich ihn da. Ah, hallo, Penny. Maru. 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 Ich habe dich zum Schenken für dich dabei. Hast du uns eigentlich inzwischen? Nö, lebt uns immer noch. Wir dürfen ja... Ach, ich wollte gerade was schenken, aber... Häh, 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 häh. Unsere Falender. Na, du hast, du hast einer Frau was geschenkt. Du, 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 Stricher. Wie kannst du nur? Ich hatte jemanden, die Gefühle für dich. Was? Ja, ist in Gefahr das Gespräch verlaufen. So, da ist niemand. Da auch nicht. Wo ist eigentlich Shane, dieser asoziale Drecksack? Schön, wie es kommt, so würdig sagt, aber wo ist dieser Penner? Wo ist er denn bitte hin? Da kann ich eine Wirtschaft sein. Also, Gedanke gerade von mir, aber nein. Ja, dachte ich auch gerade, schon. 12 Uhr. Ja, die wird noch nicht offen haben. Wir gehen, glaube ich, abends hin, das soll man finden. Jetzt gehen wir jetzt mal hier durch, hier vorbei. Achso, ich reihe doch jetzt gerade völlig falsch, oder? Ja, na klar. Oh Gott. Buggi. Wir müssen doch erstmal links. Wir wollen doch in die Mine. Mine, Fresse, du. Orientierung sind wie ein Pott, weil der zerschmilzt. Der flüssige Stream, auch heute in ihrem Fachmarkt. Da ist die Dicke. So. Äh, Mine. So, da ist ein Aufzug. Auch ein Posy mal gerichtet, ne? Ein Aufzug. Kleiner Tipp. So. So, dann suchen wir nur noch diese... ...Dwarz-Schriftrolle. Wenn die haben, sind wir, glaube ich, alle schwerst glücklich. Oh, oh, da ist der Freak. Puh. So, geh weg mit dir. Ja, geh weg mit dir. Näh. Hallo, jetzt komm her. Drecksviech. So, danke schön. Ja, Posy. Ich dachte, ich erwähne es vielleicht nochmal. Vielleicht hast du es ja zwischendurch wieder vergessen, dass da ein Aufzug ist. Aua, bist du blöd? Bist du irgendwie blöd? Blöder Slime? Geh mal weg. Das ist echt... Ach man, ich brauch nur noch die eine Schriftrolle. Das gibt es doch nicht. Geh, oh, der hat schon mal anfangen. Aber trotzdem. Das tut weh. Wir haben so viele Sachen gefunden und genau die fehlt jetzt. Diese eine Goddamage-Schriftrolle. Ach, scheiß auf das Holz, scheiß auf alles. Ich will die Schriftrolle, Mann. So. Die müsste es ab der Ebene 105 geben. Ich habe extra nachgeschaut. Da schaut man extra nach in der Wiki und dann sowas, Mann. Das ist mir so enttäuscht. Von dieser Dropschance, von dieser scheiß Schriftrolle. Oh, da machen wir was. Ich will nichts auslassen. Da könnten überall Geode drin sein. Oder auch nicht. Heißen ja so. Geode, ja. Geode. Je nachdem, was im Englischen ausspricht. Alter, auf mit dem Heilen bist du verrückt. Wir holen sich ja noch davon, dass ein Untergangsspieler. Das Spiel will einfach, dass wir weiter runtergehen. Aber ich möchte das nicht. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir hier nicht was finden. Und zwar was ultra wichtiges. So aufploppt. Du hast gefunden. Na, jetzt kommen wir her. So. Zack. Oh, dann noch mal ein paar. Ich hoffe, da kommt was raus. Oh, sie können jetzt mal nachschauen. Vielleicht in der WG, wo man das eine bestimmte mega seltene Ei herbekommt. Wo ein Tier raus spawnen, das man so nicht kaufen kann. Wenn du weißt, was ich meine. So, Dragon Age mäßiges Ei. Wäre cool. Ich meine, das würde eine Drop Chance von einem Prozent. Oh, Omni-Geode. Oh, ein Haufen Gold. Nehmen wir doch gerade mal mit. Das ist eine mega spezielle Ei, wo ein spezielles Tier rauskommt, das nicht kaufbar ist. Ne? Auch das hast Kayby beim ersten Mal gefunden haben, wenn ich ausflippen könnte. Das gibt es nicht. Der findet es auf Anhieb und ich so immer einen Arschwund. Auch diese blöde Dwarfrolle, die letzte, die fehlt mir auch noch. Alter, bist du verrückt? Das tut doch weh. Guck, so wehtut es, dass ich jetzt umdrehen muss. Fünf Soap-Dinger. Ich raste aus. Das gibt es doch nicht mehr. Wir verschwenden echt unsere Zeit, habe ich das Gefühl, nur noch hier unten. Auf der niemals endenden Suche nach ihr. Nach dem einen besonderen Gegenstand. Jetzt komm her. Ob, stirbt doch. Danke. Ich habe auch nicht ewig Zeit. Ich brauche gleich ein Bier, du. So, da geht es an, Jungs. Ebene 114. Eigentlich mit den Monstern eigentlich anzunehmen, ist eigentlich auch blöd, ne? Wir brauchen ja eigentlich nur das Material zu nehmen, wenn sie uns echt auf den Sack gehen. Ich flipp aus. Aua. Geh weg. Komm halt her. Jetzt gehen wir weg. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich bin überfragt langsam. Weil ich echt die Drop-Chance echt gegen Mega Null sehe. Gegen Minus. Was muss man überhaupt noch kriegen? Oh, es geht runter. Der Mann weiß ja auch nicht, was wir mit anfangen sollen. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Verkaufen maximal. Oh, ein Magma Kiotz. Sehr schön. Diese Drop-Chance. Warum kann die nicht besser sein? Das Spiel, das foltert mich so übelst. Ich sag's noch nicht, ich bin oder? Wir gehen auf jeden Fall hoch. Der Tag ist was drum. Wir lassen die Mine. Ab zum Bootstopp. Komm mit, da kam ein Kleiner. Wir haben getan, was wir heute tun konnten, aber haben nichts gefunden. Ja, schweren Herzens kehren wir zurück. Ohne Aussicht auf Erfolg. Ach, im Minus-Harsfall. Achso, dann sag das doch. Dann entbluten wir uns erstmal kurz. Nein. Nein. Bist du verrückt? Äh, das, 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 das. Strange Bun? Cooking? Okay. Nehmen wir mal auf. Äh, Steine. Ich finde da kein Drop-Chance, aber ich habe es aus einer Kiste erhalten, aus dem See, glaube ich. Aus welchem See? Ach, aus dem See, aus, ja, aus welchem See eigentlich, welcher See genau? Das wäre noch interessant zu wissen. Ne, Quatsch, ich habe da vorne rein, ne? So, Quarz, Quarz, Kohle. Geode. So. Oh, die Tür müssen wir noch zumachen. Halt, da räumen wir auch gleich der K auf. Der K mit, komm. Pfff, da könnte ich hier nur noch eine Sache, äh, der oben, glaube ich, ist, ne, Schatztruhe halt. Naja, das passt, das passt. Meinst du, der an der Mine, ne? Da gibt es zum Glück extra einen Köder, dass man mehr Schatztruhen erhält. Das heißt, wir könnten sie unsere Chance erhöhen. Ähm, wartet mal, was braucht man dafür? Ne, können wir morgen mal angeln? Vielleicht funktioniert das ja besser. Es wird der hier, äh, Ah, okay, gut, 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 gut. Sehr gut. Dann werden wir das ja jetzt morgen mal ausprobieren, im Gegenzug, brauchen wir Goldbahnen dafür, ist aber nicht tragisch, haben wir ja. Fünf, du kommst rein, ich verkaufe mal den Slime-Heber noch auf, der kommt echt da rein. Das andere kommt unten rein, und dann müssen wir noch kurz abluten. Zack, 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 und du bist da rein. Gut, okay. Dann probieren wir jetzt erstmal das eine, besondere, das Ei kriegen, das wir schon ewig suchen. Wir sehen mal auf, das andere bringen wir am Wagen zu. Ich dachte gerade, ich hätte es verkauft. Ich wollte gerade ausflippen. Oh Gott, das Wetter, das ist zu viel. Bier wieder aufräumen. Something a boy this time of night makes me thirsty. Ach so. Mach dich durstig. Warte. Dann bring ich einen Hals. Tschüss. Ach, schöner Geburtstag. Na gut, na, ich bin voll alt. Heute gibt es nicht ganz so viel Geld, glaube ich. Nein, heute gibt es nicht ganz so viel Geld. Ist aber auch nicht schlimm. Ist ja okay. Tag 21 im Frühling im dritten Jahr. Guten Morgen, Schatzi. Ich bin wach. So, der Queen of Souls. Ja. Hat es so leid. Ja, haben wir jetzt morgens Wetter. Clear and sunny days. Sehr schön. Iridium, acht Stück wieder. Schnecke, wie geht's dir? Guten Morgen, Boogie. Ich hab dir einen Kaffee gemacht. Dankeschön. Das weiß ich nicht. Oh, Kaffee. Ja, ich glaube, wir haben einen Augenkaffee noch. Baby. Danke, ich liebe. Gesehen, Tag Alkohol. Ich weiß es doch, Baby. Wo willst du hin? Willst du mit mir ein Schlafzimmer? Sollen wir morgendliche Liebe machen? Okay. Kommst du? Ich wär's mal weit. Also, bei anderem Let's Play hat das mal geklappt. Dass die kamen. Also, ins Bett. Ne, ich glaub, das wird nix. Nein. Ich glaub, das wird nix. Okay. Erstmal Kaffee. Ja, auch rein. Alter, extra das Zeug. Was geht bei der Map? Ja. Rennt wie ein abgestochenes Schweinchen, du. Alter, ich flippe aus. So. Erstmal kurz ein bisschen abpflücken. Ja, ja. Ist doch egal, wer eine Kriege gefunden hat. Ob der Rastar wird irgendwie seinen Job verrichten. Oh, da haben wir noch was. Zack. Pflanzmaukel wird was an. Ja. So, weil da müssen wir auf den Blacksmith und das nächste Werkzeug nämlich einen Auftrag geben. Na? Yo. Und heute ist wieder Erntetag. Heute ist wieder Erntetag. Heute gibt's wieder Kohle ins Haus. So. 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 Schön abernten. Lallelu. Nur der Mann im Mund. Schau zu. Wenn die kleinen... Oh, da ist noch eine Bäre schlafen. Drum schlafen auch du. Oh. Lot of money is raining, homies. Lot of money. Please call me later. Ich bin gerade schwer beschäftigt mit dem Einsammeln hier vom Bargeld. Da ist eine Gelddruckmaschine hier drin. Mal so. So. Jetzt haben wir alles. Raus geht's mit uns. Wie lange ist man eigentlich noch auf Speed? Da war es nur noch 41 Sekunden. Schatz, brauche ich mehr Kaffee. Ich brauche mir mehr Kaffee. Ich brauche mehr Kaffee. Ich kann doch nicht Kaffee nimmer. So, erstmal kannst du ein bisschen plattscharfen hier. Tschüss, geil. Bis zum nächsten Mal.